We gonna put it all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers then they saw, okay, ich hab gerade 8500 V-Bucks, ich denk mal, die werden heute alle ausgegeben werden, also ihr habt's auch schon im Titel gelesen, ich werd auf jeden Fall gleich bisschen Duos spielen mit It's Asi TV, was geht's? Und ich werde jedes Mal, wenn ich sterbe, mir was aus dem Shop kaufen müssen, also hier ist der neue Shop, ich hab auf jeden Fall schon ein paar Sachen, also hier die zwei Sachen, da hab ich schon alles, dann davon hab ich nichts, ja und da ein paar Sachen, okay, dann würd ich sagen, wir gehen in die erste Runde, los geht's, also ich würd sagen, erste Runde Retail, och ne, ich hab gar keinen Bock auf die ganzen Zombies, was? Ich entscheid, was du kaufst, im Shop, oder? Äh, ja, ja, kannst du machen, am besten wär's natürlich, wenn ich gar nicht sterbe, sind ja eigentlich welche gelandet? Ich seh keine. Ah doch, da sind welche gelandet. Roboter! Nein! Ey, nein, nicht direkt durch Roboter sterben, ey, das kann jetzt nicht sein. Junge, was soll man denn machen? Ey, Junge! Ja, das war's dann auch schon mit der Runde. Das ist so lächerlich. Item Shop, so. Was soll ich mir holen? Du entscheidest. Du holst dir Sanktum. Was ist das? Der Skin. Ey! Direkt das Teuerste. Obwohl, ich find den eigentlich ganz nice. Hol ich mir gerne. Hol doch. Und wie ist dein neuer Skin? Ja, ganz okay. Also das hat jetzt nicht geschmerzt zu kaufen, weil ich fand den sowieso eigentlich ganz nice. Das ist rah, man. Nächste wird miese Schmerzen. Weißt du was? Ich land jetzt einfach hier irgendwo, wo keiner landet, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass ich sterbe. Also erstmal fett looten. Ey, da ist ein Gegner. Ich hab mal Schaden zum Schlitten. Hab einen. Oha, lang. Ich seh jemanden. 150. Ey, hinter uns kommen welche. Nein. Hinter uns ist jemand gelandet. A9! Ich bin also ich darf nur nicht sterben also eigentlich könnte ich mich einfach irgendwo hinsetzen verstecken wieder hergeschaut habe einfach Warum kraft ich denn das jetzt? Nein. Ich habe keine Wälder mehr. Nein. Ich dachte, das wäre tot. Das war's. Ach, Junge. Ja, was soll ich mir jetzt holen? Ich würde sagen, dieses Mal sollst du dir Elektro-Laune holen. Ja, komm, ich hol den einfach. So, komm, nächste Runde. So, nächste Runde. Was? Jetzt habt ihr es verschwendet. Ist hier jemand im Haus? Bei mir? Ja. Auf 165. Oh. Hab einen. Hab den anderen. Nice. Oh, fuck, bei mir ist einer. Hab ihn. Nice. Ah, bei der Hundelütze ist noch einer. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Gegner. Wo? Hä? Der ist unten im Haus. Ja. Hab ihn. Nice. Der Typ war ja richtig komisch. Ah, ich sehe jemanden. unten. Zwei Leute. Oh, ein Galaxi-Skin. Das wird gefährlich. Ich hole den Galaxi-Skin. Oh mein Gott, die sind im Roboter. Nein. 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 Ab weiter. Was? Wie schnell? Hey, warte mal. Bei Dusty ist jetzt auch dieses Teil. Das heißt, Dusty wird jetzt auch zerstört? Oder wie? Warum zerstört? Ja, weil immer wenn dieses Teil da ist, wird die Stadt zerstört, oder nicht? Nee, sie verändert sich nicht. Doch. Ich sehe jemanden. Hier im Fluss. Hä? Hey, guck dir das an. Hä? Guck mal hier. Bei mir ist auch einer, ne? Ja. Ey, der Typ ist ja richtig am Arsch. Was für ein Noob, Digga. Oh mein Gott, tut das weh. Warte. Hier, komm her. Guck dir das an. Ey, läuft mit mir nicht so. Hä? Ja, ja. Hey, hat der. Weißt der. Oh. Du, er meint's ernst. Aber der schafft mich nicht umzubringen. Lass ihn am Leben. Warte, ich hol noch den Loot vom anderen. Hey Mann, hier ist ein Scheiße. Ja, das schaffst du nicht. ich darf es nicht verlieren ich will nicht noch mal was aus dem shop holen ja gut Okay. Egal, als ob ich jetzt nochmal was aus dem Shop kaufen muss. Also zum dritten Mal. Was soll ich mir holen? Was findest du hübscher? Synapse oder Überfliegerin? Ey, beides scheiße. Überfliegerin wenn dann. Also ich find Überfliegerin geil. Ich würd's holen. Okay, komm. Okay, dann los geht's. Nächste Runde. Okay, ich würd's sagen... Sorty? Komm. Nice. Hast du was zu heilen? Hm, Mini, hier. Ey, komm, wir müssen die Runde echt mal gewinnen. Jo. Warte, ich würd's... Oh, ich würd's auch hinter dem Land und den so einen 200er geben. Oh, auf Ansage. Nee, so ein 130er. Ah. Ach, nee. Was der... Oh, Roboter. Nein, bitte nicht. Ey, jetzt fängt die Sachen an. Ich würd's sagen... Ich würd's sagen... Ah, Synapse ist auch hübsch. Eigentlich, aber... Nein, Mann. Weißt du was? Nimm mal einfach Fingerabdruck. War jetzt auch eine sehr hübsche Mode. Danke. Ey, aber wir sind noch zwei Mal durch den Roboter gestorben. Also, das war's auch schon mit dem Video. Vergesst nicht. Creator Code. ArinaFan. Und schreibt auf jeden Fall mal Video Ideen, Video Wünsche in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja... Ja... Da.